Hiermit stelle ich einen Hotel-Tipp für das Viertel Montmartre in Paris vor. Den Tipp habe ich mir ausgesucht, weil französischer kann man, glaube ich, nicht wohnen. Das Hotel, was ich vorstelle, ist das Hotel Chopin. Es befindet sich mitten in einer urtypischen, sehr altanmutenden französischen Passage am Stadtrand, Viertel Montmartre. Wir gehen jetzt hier gerade durch die Passage. Draußen ist der Grand Boulevard, direkt die Metro-Haltestelle, wirklich 20 Meter nur entfernt. Es sind viele kleine, urige Läden auf dem Weg zum Hotel. Kleine Bars, Patisserie. Und jetzt stehen wir auch schon vor dem Hotel Chopin. Auf der Website www.wiertestenhotels.de werde ich weitere Bilder bereitstellen, vom Inneren, von den Räumen. Es ist ein wirklich urtypisch schönes Hotel, ruhig gelegen. Und ja, ein absoluter Tipp, wer preisgünstig ein ausgefallenes Hotel in Paris sucht, ist hier genau richtig.